Eigentlich müsste man eine Frau ständig, stündlich oder täglich fragen, was sind sie heute? Selber Kind, Frau, geliebte Mutter, Berufstätige, Chefin, Arbeitnehmerin, Untergebene, Arbeiterin. Nein, nein, heute bin ich nur geliebte und selber Kind und Mutter. Morgen bin ich Chefin, Mutter und Nichtgeliebte, lieber Morgen bin ich nur Geliebte, lieber über Morgen überwältigt mich das Mutter- und Hausfrauen-Dasein vollständig. Und dann muss ich am vierten Tag wieder in die Lampikopie zurück, um fünf Operationen zu machen, um danach noch das Abendessen zu kaufen. Ein unmöglicher Zustand. It's a Job. Nein, das ist kein Job. Das ist eine abendausfüllende Multiplex-Aufgabe. Die meisten sind Verzuchthilfs-Sklaven, kaum dazu zu gebrauchen, ihre Projekte zu unterstützen, sondern machen selbst noch Ärger. Aufwand minimieren, weil sie selber immer noch Kinder und Kinder sind, die die gleichen Ansprüche liegen wie die Abzweige.